Naja, die meisten Horn Circle-Member, Senatoren, Gold-Member, die wissen, es gibt ein Senator-Café in München am Flughafen. Und dieses Senator-Café ist natürlich anders als die Senator-Lounge. Es gibt Kleinigkeiten, Leckereien. Ihr seid bei der Horn und ich bin mal reingegangen in diese Mini-Lounge, in dieses Mini-Café von der Lufthansa. Emanuele Stelle per occhi hai, tuo bel profumo sai, io non voglio mai dimenticare. Laura, dimmi dove sei, tu ragazza dei sogni miei, non riesco più a sognare. Laura, tutto io paro per amarti ancora un po' e saperti sempre mia. Laura, amore, Laura, ti desidero. Laura, ti desidero. Laura, ti desidero. Laura, ti desidero. tolle Mitarbeiter da drin. Nicht nur von der LSG, sondern auch von der Lufthansa. Man wird hier super freundlich begrüßt, ein Lächeln auf den Lippen, also das war richtig toll. Ich kann euch diese kleine Lounge oder dieses kleine Café, Tabachi Senatorkafé in Vela Munich, kann ich euch echt empfehlen. Wenn es euch gefallen hat das Video, wie es da drin aussah, dann kriege ich ein Like. Hier geht es zum Abonnieren, hier geht es zum nächsten Video. Das war der HON und bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal.